Lisbeth Mina-Sophie Isolde Käthe Haag Auch Käthe Haag war eine deutsche Schauspielerin, die auf eine beinahe 70-jährige Filmkarriere zurückblicken konnte. In dieser Zeit spielte sie in rund 230 Film- und Fernsehproduktionen mit Leben. Käthe Haag war die Tochter des Tuchkaufmanns und Berliner Stadtverordneten Karl-Wilhelm Paul Haag und seiner Ehefrau Sophie Margarete Geb-Jahn. Nach dem Besuch eines Charlottenburger Privatlyzeums nahm sie Schauspielunterricht bei Seraphine Deschi und Hans Kaufmann. 1914 erhielt sie ihr erstes Engagement am Stadttheater Göttingen. Ab 1915 spielte sie vor allem in Berlin. Dort tat sie besonders an den Bühnen von Viktor Barnowski auf außerdem am Theater am Kurfürstendamm, Theater am Schiff Bauerdamm, Heppel Theater, Theater in der Königkritzer Straße, Volksbühne Berlin und Deutschen Theater. Zu ihren Rollen gehörten Johanna in der Einsame Weg, Anni in Verenig-Mollners Spiel im Schloss, Klärchen bei der Uraufführung von der Fröhliche Weinberg 1925 und Bürgermeisterin Güldsdorf bei der Uraufführung von der Hauptmann von Köpenick am Deutschen Theater 1931 unter der Regie von Heinz Hilpert. 1935 bis 1944 war sie am Preußischen Staatstheater Berlin unter Gustav Gründgens engagiert. Bereits 1915 absolvierte sie auch ihren ersten Filmauftritt. Als äußerst wandlungsfähige Schauspielerin erhielt sie zahlreiche Rollenangebote und konnte ihre Karriere auch nach dem Ende der Stummfilmzeit fortsetzen. So spielte sie 1943 an der Seite von Hans Albers die Baronin Münchhausen in Münchhausen. Ebenso gut gelang ihr der Übergang vom Fach der jungen Naiven in das der Ehefrau und Mutter. Zuletzt war Käthe Haag, die auch weiterhin als Theaterschauspielerin in Berlin erfolgreich war. Als vornehme ältere Dame in Fernsehspielen zu erleben. Wichtige Nachkriegsrollen am Theater waren MRS, Anthrobus in Wir sind noch einmal davon gekommen, Gina Egtal in Die Wildtente MRS, Higgins in My Fair Lady und Luise Maske in Karl Sternheims der Snob. Daneben wirkte Haag in zahlreichen Boulevardstücken mit. Gastspiele führten sie unter anderem nach München an die kleine Komödie am Max 2. Käthe Haag war seit 1916 mit dem Schauspieler Heinrich Schroth verheiratet. Ihre Tochter Hannelore Schroth sowie ihr Stiefsohn Karl-Heinz Schroth waren ebenfalls bekannte Schauspieler. Sie ruht auf dem Friedhof Herrstraße in Berlin neben ihrer Tochter. Auszeichnungen 1967 Ernennung zur Berliner Staatsschauspielerin 1973 Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film Filmografie 1915 Der Katzensteg 1915 Pension Lampel 1916 Der Skandal 1917 Feilchen Nummer 1917 Die Hochzeit im Exzentrik Club 1917 Der Jubiläumspreis 1917 Der Feldgraue Groschen 1917 Ostpreußen und sein Hindenburg 1917 Zwei blaue Jungen 1918 Das Tagebuch des Dr. Hart 1918 Sein bester Freund 1918 Er träumtes 1918 Die Ratte 1919 Fräulein Mutter 1919 Der Weg der zur Verdammnis führt Teil Hyänen der Lust 1920 Föhn 1920 Der Gelbe Diplomat 1920 Alkohol 1921 Der Tote Gast 1921 Die Dame und der Landstreicher 1922 Das Liebesnest 1922 Die Schuhe einer schönen Frau WRA Filmwerke 1923 Wilhelm Tell 1924 Mein Leopold 1925 Lebende Buddhas 1925 Heiratsschwindler 1926 Die Unehelichen 1927 Benno Stehkragen 1928 Unter der Laterne 1930 Der Detektiv des Kaisers 1930 Skandal um Eva 1931 Berlin Alexanderplatz 1931 Emil und die Detektive 1931 Der Hauptmann von Köpenick 1932 Quick 1932 Tannenberg 1933 Der Traum vom Rhein 1933 Liebe muss verstanden sein 1934 Wilhelm Tell 1934 Die vier Musketiere 1934 Der Meister Boxer 1934 Der Polizeibericht meldet 1934 Ich heirate meine Frau 1934 Herz ist Trumpf 1934 Haneles Himmelfahrt 1935 Wunder des Fliegens 1935 Familie Schimeck 1936 Schloss Vogelöd 1936 Eine Frau ohne Bedeutung 1936 Donner, Blitz und Sonnenschein 1937 Der Herrscher 1937 Urlaub auf Ehrenwort 1938 Der Fall der Ruger 1939 Der Schritt vom Wege 1939 Der Stammbaum des Doktor Pistorius 1940 Bismarck 1941 Annelie 1941 Heimaträde 1943 Münchhausen 1947 Und finden der einst wir uns wieder 1949 Ruf an das Gewissen 1949 Nachtwache 1949 Der Große Mandarin 1949 Der Biberpilz 1950 Gabriela 1951 Mein Freund der Dieb 1951 Königin einer Nacht 1951 Wenn die Abendglocken läuten 1952 Herz der Welt 1952 Lockende Sterne 1952 Heimweh nach dir 1953 Die unsichtbare Sammlung 1954 Die tolle Lola 1954 Rosenresli 1954 Feuerwerk 1954 Der letzte Sommer 1954 Die sieben Kleider der Katrin 1955 Der Himmel ist nie ausverkauft 1955 Das Schweigen im Walde 1956 Auf Wiedersehen am Bodensee 1956 Die Stimme der Sehnsucht 1957 Die große Chance 1957 Jede Nacht in einem anderen Bett 1958 Erste Mama nicht fabelhaft 1958 Schwarze Nylons Heißnächte 1959 Bezaubernde Arabella 1960 Der letzte Fußgänger 1962 Ich kann nicht länger schweigen 1967 Dünner mit in grüner Seide 1969 Unser Doktor ist der Beste 1971 Der Trojanische Sessel 1973 Der Fußgänger 1973 Black Coffee 1973 Sagenberry 1973 Der Lord von Bambeck 1976 Die Affäre Lirusch 1976 Notarztwagen 7 1977 Grete Minde 1983 Tatort Floppis Masche 1985 Einheim für Tiere Hörspiele 1946 Kirk Götz Minna Magdalene Regie Hans Fahrenburg 1946 1946 Max Frisch Nun singen Sie wieder Regie Theodor Mühlen 1949 Bertha Waterstratt Meine Töchter